hey leute und fast geht es zu einem neuen video und heute werden wir hier von dieser city entkommen ich weiß nicht was das ist was ist das wir haben hier ein teppich den können wir platzieren hier ok das haben wir im winter schneewelle ein heißes schwert das ist gut also ja ja also also ich habe mir das jetzt mal angezogen ihr seht an meinem skin ich habe ihn hier angezogen und ja also entschuldigung mein aufnahmeprogramm sieht man vielleicht manchmal es nervt ein bisschen egal also wir machen jetzt hier mal den ersten sprung es könnte auch jeder ich glaube wir müssen man hört es man hört es der worden ist gekommen wartet also pass auf es könnte zu einer 66 prozent die wahrscheinlichkeit ein worten spornen dem hotel ok schleiche damit keine keine worten spohlen es ist lange her dass hier frieden herrschte die ärgste froh entkomme das böse steht nahe worten so warte tipps ok müssen wir nicht holen ich glaube ich kann das schon hier steht einfach drin lass das man diese sounds warte ich stelle die kurz mal aus so also wir sind jetzt wieder da also was was ist in den tipps tipps wenn du einen worten siehst schleiche ok das kenne ich eh schon wahrscheinlich alles oder ja das kenne ich sicher schon ähm übrigens was ihr vielleicht noch nicht wisst ich habe das hier alles selber gemacht also alles was ihr seht ist selber gebaut und so also ja sagen wir einfach ich habe das nicht alles selber gebaut ich wollte das nur mal kurz sagen weil ich habe mir echt mühe gegeben und ja was steht hier drin wie steht denn worten sind sehr gefährlich wie ganz rückwärts worten sind sehr stark du wirst was in einen eins was ist eins ganz sicher verlieren wenn du zu einen worten gehst das wird er das wird dann wird er wahrscheinlich er dich zu 90 prozent umbringen aber wenn du schleichst dann wird er dich zu 30 prozent angreifen glaube ich das buch ok das müssen wir jetzt wartet leute ich habe mir alles durch gelesen jetzt und ich glaube wir können mit uns jump and run anfangen also können wir hier nein hier können wir nicht hin das heißt wir müssen hier das jump and run machen zack oh nein nein ein worten ist gespawnt schnell zack zack wir haben es geschafft wir müssen hier hin was achso nein hier können wir nicht hin wie kommen wir jetzt rauf wartet wir können glaube ich hier kurz abbauen ja da können wir abbauen da dürfen wir ah nein manno das ist sehr sehr lang ich gebe das mal kurz für euch wartet sagt ben ok passt wir haben jetzt hier schilder wo wir hin müssen wahrscheinlich hier können wir nicht hin das heißt wir müssen hier hin das ist hier nach da das müssen da müssen wir wahrscheinlich nach da oh oh wir müssen hier springen uch wir können hier hin oh so also wir müssen hier hin so alles durchgelesen ja ich habe mir alles durchgelesen aber das habe ich nur geskippt für die Leute also ich glaube wir wir sollten ja sneaken hat jeder gesagt anscheinend oh oh hä nein wir sollten glaube ich weg schnell schnell der Warden kommt oh nein oh nein wir haben auch nur ein Eisenschwert was sollen wir mit einem Eisenschwert anfangen oh 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 ich glaube wir sollten uns hier äh sneaken wartet ok Leute ich glaube wir besiegen nochmal den Warden oh ich glaube wir müssen nein ich renne lieber nein 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 das ist ja ganz schlecht denn sonst hören uns der Warden also ich glaube es ist Mieke wow ich habe sehr Angst auf ihn wow das könnte da ist wieder so ein Sensor ich glaube ich sollte hier abbauen abbauen hallo äh äh so wo ist der Warden da ist er wir schießen einen Schneeball oh oh schnell hier hier ah oh schnell ich kriege ihn ich kriege ihn äh ich kriege ihn Leute ich kriege ihn crit 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 Nein, das war kein Crit. Crit, Crit, Critten, 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 Critten. Nein, nicht Critten, sondern Crit, 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 Crit. Nein, 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 nein. Und Crit, 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 Crit. Ja, wir haben ihn fast. Crit, 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 Crit. Und Critten, 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 Crit, 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 Crit. Krit, 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 Krit. Ja, wir haben ihn. Wir haben so einen Skull-Katalysator oder so. Das war es auch mit der Aufnahme. Tschüss.